hallo und herzlich willkommen bei sinne im garten heute ist es endlich soweit und ich werde die gemüse zwiebeln exhibition auspflanzen die zwiebeln hatte ich am 18 januar in diese schnecke ausgesät das video dazu gibt es oben in der ecke und so sehen die zwiebeln jetzt aus schön kräftig und ein paar davon pflanze ich im gewächshaus und den rest in also hier draußen im freiland dafür habe ich hier direkt am betran seine rille vorbereitet so pflanz reihe die habe ich schön aufgelockert ein bisschen blumenerde rein gestreut und ganz wenig angepudert mit holz asche und das aber noch nicht fertig jetzt muss man das so schön vermischen und anschließend werde ich das schön noch besser und dann erst kommen die zwiebeln hier rein so sehen die zwiebeln aus wenn ich die schnecke aufwickle die hatte ich schon etwas abgetrennt und ich werde jetzt hier ungefähr die wurzeln kappen ich weiß manche sagen das darf man nicht machen aber hatte ich letztes jahr auch gemacht und ja ich war sehr zufrieden mit der ernte also ich schneide jetzt mit der schere jede wurzeln ab und setzte dann ins beet die zwiebeln habe ich jetzt im abstand von zehn bis 13 zentimetern gepflanzt gut angegossen und wir haben es jetzt sehr warm die tage deswegen die sich jeden tag weiter gut und ja weiter ist nichts zu tun das war's dann für heute bin ich fertig mit euch wasina ich wünsche euch allen einen schönen tag oder einen schönen abend und bis zum bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal